Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ist es also vielleicht doch eher ein Schritt zurück, diesen Spagat quasi hingekriegt. Praktizierte Todesstrafe. Einige Empörung, die Situation zu beruhigen. Freizeitkonsum ermöglichen. Wie es sich für das Thema gehört. Man schafft sich damit grosse, zusätzliche Probleme, die wir nicht haben wollen. Fliegende Fische. Treten Sie bitte ab. Die Bundeskanzlerin kontert. Von nun an ging es bergab. Und alle Optionen offen. 500 Tote. So viele in so kurzer Zeit. Zunehmend zielmilitante Veganer. Einer Milliarde Franken. Purer Kannibalismus. Die Metzger sind sehr besorgt. Jeder kann doch machen, was er will. Jeder steht dazu, was er macht. Stress im Büro, Stress im Strassenverkehr, Stress in der Liebe. Problemen auf den Grund zu gehen. Nicht ohne weiteres Schlucken. Und jetzt ist Susanne Wille hier mit dem Tim von 10 vor 10. Danke, Susanne. Und danke Ihnen für das Interesse. Hier nun Meteo und danach Doc mit Teil 1 von Unser blauer Planet. Einen schönen Abend und bis morgen. Meteo wird Ihnen präsentiert von RISE. Wichtig ist, muss ich Ihnen sagen, schauen Sie keine Prognosen an. Trauen Sie nicht den Modellen. Am besten schauen Sie wirklich zum Feister aus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von RISE. Fliegende Fische. Bis candidates. Tschüss. Tschüss. Tschüss.